Tanja Shevchenko macht ihrem Ärger über einen unverschämten Fanluft. Die ehemalige Eiskunstläuferin gibt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. Zusammen mit ihrem Partner Norman Jeschke, zieht die frühere Alles-was-zählt-Darstellerin drei Kinder groß. Leider muss die Dreifach-Mama im Netz auch immer wieder Bekanntschaft mit Kritikern machen, die ihren Erziehungsstil bemängeln. Die Nachricht einer Userin brachte sie nun so richtig auf die Palme. Nachdem Tanja erzählt hatte, dass ihre Zwillinge tagsüber Windeln tragen, schrieb ihr die besorgte Mutter, dass ihre eigenen Kinder diese nur noch in der Nacht bräuchten. Für die 45-Jährige eine Unverschämtheit. Dein Kind kann noch nicht, meins kann aber schon längst, ahmte sie die Worte der Userin in ihrer Story nach.